Hallo liebe Weltraumfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge Ungelöste Rätsel des Universums. Wir tauchen nun ein in eines der faszinierendsten und rätselhaftesten Phänomene des Universums, die schwarzen Löcher. Diese kosmischen Giganten sind nicht nur der Schlüssel zum Verständnis der Physik extremer Gravitation, sondern auch zu einigen der größten Geheimnisse jenseits der bekannten Realität. Im Jahr 2019 gelang der Menschheit ein historischer Durchbruch, als das Event Horizon Teleskop das erste Bild eines schwarzen Lochs einfing. Dieses Bild, das einen leuchtenden Ring um einen dunklen Kern zeigt, bietet einen direkten Blick auf den Ereignishorizont. Den Punkt, an dem nichts, nicht einmal Licht der Gravitation entkommen kann. Schwarze Löcher entstehen aus den Überresten massiver Sterne, die in einer Supernova explodieren und dann in sich selbst kollabieren. Diese Gravitationsfallen ziehen Materie und Strahlung mit unglaublicher Kraft an, was sie zu einigen der mächtigsten Objekte im Universum macht. Die extreme Gravitation eines schwarzen Lochs kann bizarre Phänomene verursachen, wie die Spaghetti-Fizierung, ein Prozess, bei dem Objekte in die Länge gezogen werden, wenn sie dem schwarzen Loch zu nahe kommen. Ebenso beeinflusst die starke Gravitation die Zeit selbst, die in der Nähe eines schwarzen Lochs langsamer verläuft, ein Phänomen, das als Zeitdilatation bekannt ist. Während der Ereignishorizont das Äußerste ist, was wir beobachten können, spekulieren Physiker über das, was jenseits liegt. Einige Theorien schlagen vor, dass sich im Inneren eines schwarzen Lochs ein Punkt unendlicher Dichte befindet, bekannt als Singularität. Andere vermuten, dass schwarze Löcher Portale zu anderen Universen oder Dimensionen sein könnten, eine Vorstellung, die die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengt. Wissenschaftler weltweit nutzen fortschrittliche Technologien und Missionen, um mehr über diese geheimnisvollen Objekte zu erfahren. Jede neue Entdeckung bringt uns nicht nur tieferes Wissen über schwarze Löcher, sondern auch über die Grundlagen unseres Universums. Schwarze Löcher sind nicht nur faszinierende wissenschaftliche Objekte, sondern auch Metaphern für die ultimativen Grenzen des Wissens. Sie fordern unser Verständnis von Physik und Realität heraus und erinnern uns daran, wie viel noch zu entdecken bleibt. Wenn Sie an schwarze Löcher denken, stellen Sie sich vielleicht gigantische kosmische Staubsauger vor, die alles in ihrer Nähe verschlingen. Doch was, wenn es das Gegenteil davon gibt? Objekte, die Materie und Energie ins Universum hinausstoßen, statt sie zu verschlingen? Willkommen in der rätselhaften Welt der Weißen Löcher! Ein Weißes Loch ist ein hypothetisches astronomisches Objekt, das die umgekehrte Version eines Schwarzen Lochs darstellt. Während schwarze Löcher Materie und Licht anziehen und nicht entkommen lassen, würde ein Weißes Loch Materie und Licht ausstoßen und nichts hineinlassen. Die Idee von Weißen Löchern stammt aus der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Theoretisch könnten sie entstehen, wenn man die Zeitrichtung in der Lösungen für schwarze Löcher umkehrt. Diese Lösungen werden oft als zeitumgekehrte schwarze Löcher beschrieben. Aber was würde passieren, wenn ein Weißes Loch tatsächlich existiert? Theoretisch würde es Materie und Energie in einer Weise ausstoßen, die der umgekehrte Prozess eines Schwarzen Lochs ähnelt. Nichts könnte in ein Weißes Loch eindringen. Jede Annäherung würde zur sofortigen Abstoßung führen. Wenn Weiße Löcher existieren, könnten sie der Schlüssel zum Verständnis von Phänomenen wie den Urknall sein. Einige Theorien besagen, dass unser Universum selbst aus einem Weißen Loch entstanden sein könnte. Bisher gibt es keine beobachtbaren Beweise für die Existenz von Weißen Löchern. Astronomen haben keine Objekte entdeckt, die sich eindeutig wie Weiße Löcher verhalten. Das macht die Frage nach ihrer Existenz zu einem der größten Rätsel der modernen Astronomie. Es gibt jedoch einige spekulative Hinweise. Manche Wissenschaftler vermuten, dass bestimmte energiereiche kosmische Ereignisse wie Gamma-Ray-Berths indirekt auf die Existenz von Weißen Löchern hinweisen könnten. Doch dies bleibt eine kontroverse und unbelegte Theorie. Die mögliche Existenz von Weißen Löchern hat tiefgreifende Implikationen für unser Verständnis des Universums. Sie könnten uns helfen, die Symmetrien in den Naturgesetzen besser zu verstehen und neue Einsichten in die Struktur der Raumzeit zu gewinnen. Ob Weiße Löcher wirklich existieren oder nur mathematische Kuriositäten sind, bleibt eine offene Frage. Ihre Erforschung steht jedoch an der Grenze unseres Verständnisses von Raum, Zeit und Gravitation und könnte eines Tages revolutionäre Erkenntnisse liefern. Von den tiefsten Tiefen des Raumes wenden wir uns nun der unmittelbaren Zukunft der Menschheit im All zu. Was erwartet uns, wenn wir versuchen, andere Planeten zu bewohnen? Vom geheimnisvollen Dunkel der schwarzen Löcher wenden wir uns nun einer ebenso faszinierenden Vision zu. Der Zukunft der Menschheit im All. Wie sieht unser Schicksal jenseits der Erde aus? Welche Technologien, Gesellschaften und Herausforderungen könnten uns erwarten, wenn wir zu einer multiplanetaren Spezies werden? Die Raumfahrt hat sich von den ersten zaghaften Schritten bis hin zu ehrgeizigen Plänen entwickelt, Menschen auf den Mars zu bringen und dauerhafte Kolonien auf den Mond zu errichten. Projekte wie das Artemis-Programm der NASA zielen darauf ab, bis Ende des Jahrzehnts die nächste Generation von Astronauten auf den Mond zu bringen. Diesmal, um zu bleiben. Aber die Herausforderungen sind nicht nur technischer oder wissenschaftlicher Natur. Ethik, Governance und das Wohlergehen von Raumkolonisten müssen sorgfältig bedacht werden. Wie bauen wir eine gerechte Gesellschaft im Weltraum auf? Wer entscheidet über Gesetze und Ordnung in einer neuen Welt? Langfristig könnten unsere Abenteuer im All uns zu interstellaren Reisen führen, zur Begegnung mit anderen Zivilisationen und vielleicht sogar zur Gründung von Menschheitskolonien in anderen Sternensystemen. Diese Visionen, einst reine Science-Fiction, werden durch unsere Fortschritte in Technologie und Wissenschaft langsam greifbar. Der Mars, oft als der nächste logische Schritt für menschliche Kolonisierung betrachtet, stellt einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten dar. Von der Entwicklung nachhaltiger Lebenserhaltungssysteme über den Schutz vor schädlicher Strahlung bis hin zur Nutzung lokaler Ressourcen für den Bau von Infrastrukturen. Jeder Aspekt dieser Bemühungen könnte wegweisend für die Zukunft der Menschheit sein. Die Schaffung von autarken Ökosystemen, die in der Lage sind, Lebensmittel und Sauerstoff in geschlossenen Kreislaufen zu produzieren, ist entscheidend. Forschungen in Biosphären und anderen kontrollierten Umgebungen auf der Erde geben uns wertvolle Einblicke, wie wir außerhalb unseres Heimatplaneten überleben könnten. Die Zukunft der Menschheit im All ist mehr als nur eine technologische oder wissenschaftliche Herausforderung. Sie ist ein neues Kapitel in der menschlichen Geschichte. Was denken Sie darüber? Welche Hoffnungen und Befürchtungen haben Sie, wenn Sie an unsere Zukunft unter den Sternen denken? Teilen Sie Ihre Gedanken und diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren. Damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Hinterlassen Sie Ihr Feedback in den Kommentaren. Ich werde versuchen, alle Kommentare zu beantworten. Damit sage ich danke, bis zum nächsten Video.